Und die klare Ansage, dass wir noch auf längere Zeit in und mit dieser Pandemie leben müssen. Leben müssen. Leben müssen. Nee, Frau Merkel, das ist so nicht richtig. Es gibt keinen Grund zur Panik. Eigentlich gibt es sogar Grund zur Freude. Denn, wie wir in diesem Video sehen werden, laut der WHO haben wir bereits einen kompletten Virustyp, eine ganze Virusfamilie, und zwar den Influenza-Virus, hinter uns gelassen. Wir haben ihn besiegt. Es gibt keinen Influenza mehr, laut WHO. Doch fangen wir am Anfang an. Die WHO hat ein globales Influenza-Monitoring. Da wertet sie einfach Proben von Influenza-Infizierten aus und guckt, welcher Typ ist das. Und so gibt es eben ein Bild davon, wie stark die Grippewelle ist, mit der wir es zu tun haben und welche Viren da genau beteiligt sind. Dieses Monitoring gibt es schon seit Mitte der 90er. Und hier schauen wir uns jetzt mal die Daten an, rückgehend bis 2010. Was wir hier sehen, sind immer solche Wellen mit so Spitzen und dann so Tälern. Die Wellen sind immer die Grippewellen. Und die Täler sind also die Sommerperioden mit wenig Aktivität. Und worauf es hier ankommt, ist zu sehen, dass es nie Null wird. Also es gibt immer irgendwie Influenza-Aktivität, zumindest in den Jahren rückgehend bis 2010. Wenn wir jetzt aber ganz rechts gucken, das ist sozusagen der Sommer 2020, da ist irgendwie nix los. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Schauen wir uns erstmal nochmal an, wie das 2019 so im Detail aussah, die Grippewelle. Da ist vom Winter kommt, also Anfang des Jahres, ein Berg und der wird dann langsam und stetig weniger. Also ein ganz allmähliches, glattes, sauberes, harmonisches Abfallen. Und das geht dann in den Sommer, da bleibt dann so ein bisschen was übrig. Und dann gegen Winter steigt es wieder ein bisschen an und dann hört es eben auf der Graph. So, diese beiden Informationen sind jetzt zentral. Einerseits, wie hört so eine Grippewelle auf? Normalerweise ist das sehr stetig und harmonisch. Und wie sieht das im Sommer aus? Jetzt kommen wir zum interessantesten Graphen vielleicht dieses Videos. Und zwar, wie sieht das 2020 aus, dieses Jahr? Da haben wir auch aus dem Winter herauskommt ein Berg. Und der fängt auch dann leicht an abzufallen. Bis ungefähr Woche 11 oder 12. Da sehen wir dann ganz klar, dass da irgendwie was aus dem Tritt kommt. Das ist nicht mehr glatt, das ist nicht mehr harmonisch, das sieht nicht mehr stetig aus. Das ist, irgendwie fällt das aus der Reihe. Woher könnte das kommen? Dazu gleich mehr. Was wir auch noch sehen, und das ist auf jeden Fall die frohe Botschaft dieses Videos. Wir sehen, dass nach Woche 14, 15, auf jeden Fall ab Woche 16, gibt es überhaupt keine Influenza-Vorkommen mehr auf der ganzen Welt. Das ist Grund zur Freude. Denn wir können sehen, Viren, ganze Virusfamilien, die können wir ausradieren, die können wir hinter uns lassen. Es gibt also keinen Grund zur Sorge, dass wir nicht auch diesen C-Virus irgendwie, irgendwann, ich denke sogar sehr bald, abschütteln können, überkommen können, hinter uns lassen können. Jetzt zur Frage, womit könnte es denn zu tun haben, dass Influenza verschwunden ist? Ja, eine definitive Antwort können wir darauf nicht geben, aber wir schauen uns einmal die globalen Corona-Infektionszahlen oder Fallzahlen oder eigentlich die Anzahl der positiven Tests im Zeitraum Anfang, Mitte März an. Was wir hier sehen, ist genau das, diese Kurve. Und die Kalenderwoche 11, wo wir vorhin gesagt haben, da so ungefähr fängt das Bild an, unsauber zu werden. Da fängt eine Anomalie an bei den Influenza-Zahlen 2020. Da sehen wir, dass es ziemlich genau zeitlich übereinstimmt mit der Phase, wo die weltweiten Corona-Zahlen, die weltweiten positiven Testresultate, anfangen, durch die Decke zu schießen. Sie werden exponentiell. Ja, daraus kann jetzt jeder machen, was er denkt, was richtig ist. Das sind die Fakten, wie das Ganze zusammenhängt. Wissen wir nicht genau, was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass Influenza ein Fakt, ein Problem der Geschichte ist. Gut, so viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.